Fliegenfischen, Fischen mit Tradition. Ein erster literarischer Hinweis auf das Fischen mit einer künstlichen Fliege fand sich bereits in der römischen Antike. Ob es wohl die Landschaft war, die Schönheit der fließenden Gewässer oder die Vielfalt der Natur, die damals wie heute Anreiz bietet, die Ufer unserer Flüsse und Seen aufzusuchen. Es war im England des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Entwicklung des Fliegenfischens blühte auf. Man machte sich Gedanken über neue, fantasievolle Fliegen und Wurftechniken, die nach wie vor zum Repertoire eines Fliegenfischers gehören. Dies alles hielt man fest in Büchern, die ihre Ausstrahlung und Kompetenz bis heute noch nicht eingebüßt haben. Man baute Routen aus massivem Eichenholz, was diese jedoch sehr unbeweglich machte. Später verlegte man sich auf Bambus und leichteres Holz. Die drei geteilten Routen wurden an Anfang und Ende mit kunstvoll geschmiedeten Metallbeschlägen besetzt. Die Rolle liebevolle Intarsienarbeit. Das Gehäuse aus einem Stück gefertigt. Eine bunte, fantasievolle Fliegenvielfalt. Heute geht es vier Radbetrieben zum Ort des Geschehen und die meisten Routen sind nicht mehr aus Holz, sondern aus Kohlefaser. An der Einstellung ihrer Benutzer hat sich jedoch nichts geändert. Hans-Rüdi Hebeisen ist ein besonderer Vertreter seines Fachs. Mehrfacher Casting-Weltmeister und Rekordhalter, Leiter einer Fliegenfischerschule in der Schweiz, ist er heute ein absolut professioneller Fliegenfischer. Gemeinsam mit ihm soll der Reiz des Fliegenfischens ergründet werden. Das gewisse Etwas, das Fliegenfischen zur Lebenseinstellung werden lässt. Zusammen mit einem alten Freund begibt man sich frühmorgens an einen vielversprechenden Platz. Ein Reiz des Fliegenfischens besteht darin, dass es nicht an Altersgrenzen gebunden ist, sondern immer ausgeübt werden kann. Ein wichtiges Kleidungsstück ist die Weste. Eine Vielzahl verschieden großer Taschen bietet Platz für diverse Utensilien, die für das Fliegenfischen absolut unverzichtbar sind. Wie zum Beispiel Fliegendose, Fett um die Fliege einzufetten, Zangen um den Widerhaken zu zerdrücken, Messer und so weiter. Nach der Auswahl der richtigen Angel geht es an den Fluss. Die Tös, ein Rhein zu Fluss in der Schweiz. Musik Die Fliege ist sicherlich der elementarste Teil des Fliegenfischens. Sie ist die möglichst echte Imitation eines natürlichen Vorbildes. Entsprechend ihrem Vorkommen gewinnen die verschiedenen Insektentypen je nach Jahres- und Tageszeit oder dem Charakter des Gewässers an Bedeutung. Zu Beginn der Saison im Frühjahr also sind es zum Beispiel Eintagsfliegen, kleine Steinfliegen und Mücken. Diese Wasserinsekten schlüpfen dann hauptsächlich mittags. In der wärmeren Jahreszeit sind die Wasserinsekten häufiger am Abend anzutreffen. Dann erweisen sich zum Beispiel Nachbildungen der Köcherfliegen oft als wirkungsvoll. Doch nun zum Fischen. Eine Forelle an einem für sie typischen Standort. Ich glaube, es gibt Shawn eine Gute auf dem Kasten. Ich glaube, es gibt ein paar Jäufe. Ich habe mich angembring, auch hier bin ich. Möbel! Dann muss ich sie sagen. Ich nehme… Ich nehme an zu. Das ist drin, ich werde mich nicht mehr mal auf einem Bein. Ich nehme an mit einem Warrer, auf einigen Bord. Ja, ich nehme an. Diese Forelle hat nicht die erforderliche Größe. Es gibt ein gesetzliches Schonmaß und darüber hinaus entnimmt man zu bestimmten Zeiten nur bestimmte Größen. Also wird diese Forelle wieder freigelassen. Vorsichtig löst man den Haken, jetzt wird sie ein paar Sekunden mit dem Kopf gegen die Strömung gehalten, bis sie sich vom Drill erholt hat und aus eigener Kraft die Hand des Fliegenfischers verlassen kann. Wieder ein Anbiss. Diesmal ist es ein Döbel. Er gehört zu den Weißfischen und lebt gesellig in den oberen Wasserschichten stehender oder fließender Gewässer. Besondere Vorliebe hegt er für die Uferzonen, wenn das Wasser flacher wird. Für den Fliegenfischer spielt dieser Fisch keine besondere Rolle. So, das sind jetzt ein paar Döbel. Die gehören in einem Gewässer, wo man die Salmonide will, also die Esche und die Forelle, gehören die Weißfische auf ein gewisses Maß dezimiert. Denn wenn zu viele Weißfische in einem Gewässer sind, dann gehen die Eschen und die Forellen weg. Und das gehört halt auch zur Hege und zur Pflege eines Gewässers, zur Pflicht eines Fliegenfischers, solche Hegelfänge zu betreiben. Abgesehen davon, dass man diese kleinen Döbel auch ganz gut essen kann. Doch zurück zu den Forellen. Auch sie stehen gerne im ufernahen Gewässer. Mit äußerstem Geschick wird hier die Kunstfliege serviert, um diese Salmonidenart aus ihrem Unterschlupf zu locken. Es hat geklappt. Eine prächtige Bachforelle hat sich auf die Fliege gestürzt. Es kommt zum Andrill, einem Kampf, aus dem nicht immer der Fliegenfischer als Sieger hervorgehen muss. Hier setzt sich jedoch die längere Erfahrung durch. Musik Musik Vielen Dank. Musik Einige Forellen des Tages, die die richtige Größe hatten, werden jetzt am Lagerfeuer in der Nähe des Flusses zubereitet. Nach dem Ausnehmen werden sie gefüllt mit Zwiebeln, Petersilie und einem Stück Butter. Zur gleichen Zeit werden Steinpilze geputzt, die zu dieser Jahreszeit Saison haben. Wichtig für den Fisch, die richtigen Gewürze. Dazu ein Glas Wein aus eigenem Anbau und der Abend ist perfekt. Die Forelle wird jetzt sorgsam in Alufolie eingepackt und auf das niedrige Feuer gelegt, um dort etwa 20 Minuten zu braten. Vier Forellen wurden gefangen. Nur so viel, wie auch wirklich gegessen werden. Es ist nicht die pure Jagdlust, die den Fliegenfischer an den Fluss zieht. Es ist mehr. Auch jetzt am Abend genießt man im Kreis der Freunde das, was die Natur außer Fischen noch zu bieten hat. Einmalige Schönheit und Stimmungen, die sich mit der aufkommenden Dunkelheit ständig ändern. Nach dem Essen noch ein Lagerfeuer und die ein oder andere Anekdote aus einem bewegten Fischerleben. Ortswechsel. Der Almsee in Österreich. Der dazugehörige Fluss. Die Alm. Die Alm ist ein ausgesprochenes Salmonidengewässer. Das heißt Heimat der Esche, Bach und Regenbogenforelle. Neben der Forelle hat die Esche eine besondere Stellung bei den Fliegenfischern. Hat sie einmal angebissen, liefert sie ihm einen erbitterten Kampf. Die Esche ist kein Einzelgängertyp. Der sensible Fisch schätzt Standplätze am Rande geschützter Felsen und Steine. Häufig findet man gute Eschenstellen in der Nähe ufernaher Ruhigwasserzonen, in kleineren Buchten und dort, wo flacher Grund ins Tiefe abfällt. Die Esche braucht mehr Sauerstoff als die Forelle. Doch das glasklare Wasser der Alm hat noch mehr zu bieten. Eine wunderschöne Regenbogenforelle stemmt sich dem Fliegenfischer entgegen. Sowohl die Forelle als auch die Esche benötigen sauberes Gewässer, um sich ausbreiten zu können. Jedes Gewässer hat die Fähigkeit zur Selbstreinigung, solange der Mensch nicht störend eingreift. Die Pflanzen und Algen können aus anorganischen Stoffen wie Kohlendioxid und Mineralsalzen organische Verbindungen aufbauen. Abgestorbene Pflanzenteile setzen durch Vermodern mineralische Nährstoffe frei. Sie stehen dann für das Wachstum neuer Pflanzen zur Verfügung. Es entsteht ein dauernder Kreislauf der Stoffe. Jeder Fluss hat an bestimmten Ecken besonders große Forellen. Der nächste Tag soll einen kapitalen Fang bringen. Musik 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 Amen. 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 Der Tag war erfolgreich. Hier am Wehr stehen die Chancen gut für einen weiteren Anbiss. Durch das aufgewühlte Wasser entsteht besonders viel Sauerstoff, was den Forellen sehr zusagt. Musik Zurück in der Schweiz und wieder trifft man Gleichgesinnte. Gleichgesinnt bedeutet nicht, dass es sich unbedingt um Fischer handeln muss. Es ist die Lebenseinstellung, die verbindet, die Einstellung zur Natur. Und das heißt nicht neben ihr zu leben, sondern mit ihr. Sich nicht nur von ihr zu nehmen, sondern helfen ihr Gleichgewicht zu halten. Dies ist eine Lebenseinstellung. Und die zeigt sich auch in der Ernährung. Hier bei einem gemeinsamen Mittagessen im Weinberg. Man trifft sich hier nach Reisen, um Geschichten zu erzählen und Erfahrungen auszutauschen. Das Fleisch aus eigener Haltung und selbst angebautes Gemüse sorgen für einen Genuss der besonderen Art. Doch von der gemütlichen Runde im Weinberg zurück zum eleganten Wurf am Wasser. Dann ist es für vier Jahre. Beim Geist. Erlger. 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 Dann ist es ein Mensch. Erlger. 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 Der Kühe über Wasser folgt die Pflicht unter Wasser. Grundlage für jeden Fliegenfischer ist das Wissen über die Biologie der Süßwasserinsekten. Nur wenn man Larven und Fliegen zuordnen kann, trifft man eine gute Wahl bei der Suche nach der richtigen Kunstfliege. Außerdem zeigen die Larven an, welche Güteklasse ein Gewässer hat und welche Fische sich darin aufhalten. Hier die Larve einer Steinfliege. Man trifft sie wie die meisten Larven unter Steinen oder wie hier unter altem Holz. Steinfliegenlarven haben ein hohes Sauerstoffbedürfnis und sind sehr empfindlich gegen Gewässerverschmutzung. Sie leben daher in sauberen und sauerstoffreichen Fließgewässern. Die Entwicklung vom Ei bis zum fertigen Insekt dauert je nach Größe ein bis drei Jahre. Die Larve der Eintagsfliege steht ebenfalls für gute Wasserqualität. In Europa gibt es über 200 Arten dieser für den Fliegenfischer sehr interessanten Fliege. Die Larven ernähren sich überwiegend vegetarisch vom Algenbelag der Steine und Wasserpflanzen sowie organischen Schlammteilchen. Köcherfliegenlarven findet man in fließenden und stehenden Gewässern. In der Salmonidenregion leben etwa 50 Prozent der Köcherfliegen und dort, wo sie leben, hat das Wasser Güteklasse 1. Die Larven passen sich an den Faktorenkomplex, hohe Sauerstoffmengen bei starken Strömungen, durch flache Köcher oder wie die hier freilebende Larve durch Netze und Sicherheitsfäden an. Ein sehr wichtiges Glied in der Nahrungskette unserer Gewässer bilden die Mücken. Sie erleben als Wasserinsekten verschiedene Entwicklungsstadien, hier das Larvenstadium. Man schätzt die Gesamtzahl ihrer Art auf ca. 80.000, eine Summe, vor der auch der Fachmann kapitulieren muss. Die Larve der Schlammfliege hat keine größere Bedeutung für den Fliegenfischer. Sie lebt an ruhig strömenden Stellen des Bachs, im Schlamm, Sand und zwischen Blättern. Wie auch die bisher genannten Larven ist sie ein Indikator für gute Wasserqualität. So viel von der Theorie, um vieles Schöne ist die Praxis. Wie auch die Schlammfliege hat keine größere Bedeutung für die Schlammfliege. Bis zum nächsten mal. Zum vollkommenen Fliegenfischer gehört auch, dass er sich die für seine Ansprüche notwendigen Fliegen selber anfertigen kann. Die Fliege ist meistens eine Imitation eines natürlichen Vorbildes. Es wird versucht, die verschiedenen Stadien der unzähligen Insekten nachzuahmen. Zum Beispiel die Larve oder das gerade geschlüpfte Insekt oder das Insekt bei der Eiablage oder das sterbende Insekt auf der Wasseroberfläche. Es muss aber nicht immer ein real existierendes Insekt sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Schon die Utensilien lassen keine Wünsche offen. Ob nun Gold- oder Silberlameter, bunte Seide oder Wolle, Federn von den verschiedensten Vögeln, Hecheln, also Halsfeder, der buntesten Hähne, die exotischsten Tierfelle, die Vielfalt der Materialien ist unendlich. Hier sind es zum Beispiel die Federn des Eichelhähres, die später den Fisch in die Irre führen sollen. Die Population der Eichelhähre steigt vielerorts über das normale Maß an. Auch hier sorgt der Mensch für ein Gleichgewicht, in dem die Zahl der Eichelhähre dezimiert wird. Aus diesen Quellen kommt der Fliegenfischer zu seinem Material. In Amerika gibt es sogar spezielle Farmen, die ausschließlich Hähne züchten, deren Hecheln zum Binden von Fliegen verwandt werden. Der Fliegenfischer unterscheidet zwischen Trocken- und Nassfliege. Die Trockenfliege muss an der Oberfläche schwimmen und imitiert somit das eiablegende Weibchen oder das sterbende Insekt auf dem Wasser. Die Nassfliege sollte versinken und wird unter Wasser geführt. Sie stellt eine Larve am Grund bzw. im Aufstieg dar. Eine dritte Kunstfliegenart ist der Streamer. Beim Binden eines Streamers orientiert man sich kaum an der Realität, sondern kann seiner Fantasie frei in Lauf lassen. Der Streamer ist wesentlich größer als Nass- oder Trockenfliege und eignet sich eher für größere Fische wie Lachse, Hechte oder Zander. Das Fliegenbinden gehört zum Fliegenfischen wie die Rute oder das Vorfach. Es bietet gerade in den kalten Wintermonaten, in denen man nicht mehr so oft an den Fluss geht, die Gelegenheit, etwas für seine Passion zu tun. Ein kleiner Vorrat an Fliegen für alle möglichen Fälle wird sich auch im nächsten Frühjahr sicher gut machen. Das Fliegenbinden gehört zum Fliegenbinden. Amen. Eine letzte Abendstimmung. Der Abend ist für den Fliegenfischer ein besonderer Zeitpunkt. Nicht nur, dass die untergehende Sonne einmalige Stimmungen und Reflexionen auf das Wasser zaubert, dass sich die Natur in ihrer vollen Schönheit präsentiert. Wenn man Glück hat, erlebt man einen Abendsprung. Wenn die Sonne also ihr letztes Licht auf den Fluss wirft, beginnen die Forellen zu springen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Fliegenfischer seine Leine auswirft. Die Chancen auf einen Anbiss stehen gut. Aber ein Anbiss ist eben nicht das Wichtigste. Es ist vielmehr der Einklang mit der Natur, der Dialog mit ihr. Es entsteht ein Geben und Nehmen. Der Fliegenfischer hat eine große Verantwortung zu tragen. Würde man alle Gewässer willenlos befischen, ohne auf Schon- und Hegezeiten zu achten, würde man in jede Uferregion vordringen, nur um an die Standorte der Kapitalen Fische heranzukommen, es würde diese Abendstimmung vielleicht nicht mehr geben. Und auch keinen Abendsprung. Der Fliegenfischer lebt nicht nur mit der Natur. Wenn er ein Profi ist, ist er ein Teil von ihr. Für ihn ist Fliegenfischen eine Lebenseinstellung. Für ihn ist Fliegenfischer. Für ihn ist Fliegenfischer. Für ihn ist Fliegenfischer. Für ihn ist Fliegenfischer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020